Dimitri Schad eigentlich Dimitri Aleksandrovich Schad Russisch ist ein deutscher Schauspieler sowjetischer Herkunft, Leben Dimitri Schad wuchs bis zu seinem achten Lebensjahr nahe der ehemaligen kasachischen Hauptstadt Almaty auf. 1993 zog er ohne deutsche Sprachkenntnisse mit seiner Familie nach Deutschland und besuchte bis 2005 die Kasekunden-Gymnasium-Mengen. Nach dem Abitur studierte er von 2005 bis 2009 Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie August in Wading und 2009 an der St. Petersburg State Theater Arts Academy. Er spielte am Metropoltheater München, den Münchner Kammerspielen und erhielt 2006 und 2008 die Kasekunden-Schauspielstipendium des Deutschen Bühnenvereins. 2009 begann er sein Erstengagement am Schauspielessen und wechselte 2010 mit Intentant Anselm Weber ans Schauspielhaus Bochum, dessen Ensemble er bis 2013 angehörte. Dort arbeitete er mit den Regisseuren Sebastian Übling, Roger von Tobel und Jan Klata zusammen. Seit 2013 ist er unter Sermin Langhoff und Jens Hillier Ensemble Mitglied am Maxim Gorki Theater Berlin, wo er wiederum mit Möbling sowie Jail Rohn, Hakan Zawashmikan und Mirko Borscht arbeitete. Für seine Rollen in der Spielzeit 2013 für Zehntel wurde er in der Kritikerumfrage von Theater heute mit sieben Stimmen zum Nachwuchsschauspieler des Jahres gewählt. Er steht auch für Fernseh- und Filmproduktionen wie den Tatort vor der Kamera und lebt und arbeitet in Berlin. Arbeitsweise Schad hat bisher in fast jedem Stück am Maxim Gorki Theater einen Monolog gesprochen. Die Texte dafür schreibt er selbst. Selten ist man im Theater komplizierten Gedanken so gern gefolgt. Jens Hillier schätzt Schads Eigenständigkeit. Er strebt eine Autorschaft über sein eigenes Spiel an. Die Verbindung von klassischem schauspielerischem Handwerk und einer Offenheit und Gesprächsbereitschaft, die man eher von Performern kennt, zeichnet ihn aus. Autor Neben seinen Texten für Theater schreibt Schad auch mit seinem Bruder Alex, Student für Filmregie an der HFF München, dessen Drehbücher, ihr Film Invention of Trust, in dem er auch die Hauptrolle übernommen hat, wurde zum Filmfestival Max-Ophuls-Preis 2016 eingeladen und gewann den Preis für den besten mittellangen Film. In der Jurybegründung heißt es, dieser Film ermahnt uns über einen großartig gespielten Monolog des Hauptdarstellers Dimitri Schad, der ununterbrochen sprechend in einer synastisch genial aufgebauten Kranfahrt einen Slow-Motion-Flug an Gebäuden vorbei und über Straßen hinweg, dass wir uns doch bitte bewusst werden müssen unser eigenes Privatleben zu schützen. Ein Film, großartig aktuell, großartig gespielt, kongenial fotografiert, Auszeichnungen 2007 Merkur Theaterpreis mit dem Ensemble von Doc Will 2008 Sonderpreis beim Theatertreffen deutschsprachiger Schauspielstudierender sowie Ensemblepreis 2011 Bester Nachwuchsdarsteller in NRW beim NRW Theatertreffen für die Labdakiden 2011 Bochumer Theaterpreis in der Kategorie Nachwuchs für Amerika 2014 Nachwuchsschauspieler des Jahres in der Kritikerumfrage der Theater heute für seine Rollen am Maxim Gorky Theater Rollen, Produktionen Tom, Romeo, Billy, Ferdinand Hevlecek, Haimon Polinaikis, Karl Rossmann, Leine Laheyer, Biflomann, Spiegelberg, Hamle, Jam sowie Musik und Texte in Der Russe ist einer der Birken liebt Woizek 3 sowie Texte für Woizek 3 Magic Murder Mystery Hagen Astruf Die Wirse in das Kulhaas Prinzip Stefan Sergejen Die Situation In unserem Namen Johannes Pinneberg in Kleiner Mann Was nun? Das ist eine Nachwuchs Die Frau von